Normalerweise ist es so, es gibt ein Betriebssystem oder ein Derivat und in diesem Betriebssystem ist ein Paketmanager installiert. Der Standard Paketmanager dieses jenen Betriebssystem. Bei Debian wäre es zum Beispiel der Abt Paketmanager oder bei Arch Pacman. Bei dem Betriebssystem, welches wir uns heute anschauen, ist es allerdings umgekehrt. Denn Nix ist ein Paketmanager, welches wiederum in ein Betriebssystem umgewandelt wurde. Und das verspricht richtig spannend zu werden. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installieren wir NixOS. Wie ich gerade schon erklärt habe, ist NixOS eigentlich ein Paketmanager und auf Basis dieses Paketmanagers wurde eine Distribution gebaut. Das heißt, NixOS selber basiert nicht irgendwie auf einem anderen Betriebssystem, wie zum Beispiel Debian oder Arch oder Ähnliches, sondern ist quasi ein reines unabhängiges Betriebssystem. Hier auf dem recht kurzen Wikipedia-Eintrag steht drin, dass NixOS bereits 2003 als Forschungsprojekt gestartet ist, um eben Probleme bei der Auslieferung und Installation von Software zu erkunden. Seinerzeit im Juni 2017, zumindest laut Wikipedia, lag NixOS auf Platz 73 des Popularitätsindex. Und da habe ich mal einen Blick reingeworfen. NixOS hat jetzt kürzlich ein Update erhalten, hier auf 21.11. Und die Platzierung ist Platz 49, also schon ziemlich gestiegen. NixOS ist nichts für Anfänger. Das kann ich jetzt schon mal gleich sagen. Aber wenn du ein Anfänger bist, überhaupt kein Problem. Schau dir das einfach an. Es ist trotzdem sehr spannend und unterhaltsam, wie wir das Betriebssystem in einer Konsole installieren. Zuallererst müssen wir uns eine ISO herunterladen. Dazu einfach auf Download und dann jetzt nicht etwa das hier in das Terminal eingeben, sondern weiter runter. Also Nix ist ja ein Paketmanager. Den kann man auf jedes Betriebssystem installieren. Also auch auf dem Ubuntu, auf dem Mint, auf dem Arco, Linux, wie auch immer. Wir wollen aber das Betriebssystem NixOS haben und laden dann hier einfach die ISO unserer Wahl runter. Es gibt ein Minimal-ISO. Das kommt ohne grafische Oberfläche daher. Es ist rein konsolenbasiert. Und es gibt hier die grafischen ISOs einmal mit Gnome und einmal mit Plasma. Gnome steht hier als empfohlen für die meisten Nutzer. Da Gnome meines Erachtens ein bisschen ressourcenhungrig ist, habe ich mich hier für Plasma entschieden und habe mir den Plasma-Desktop heruntergeladen. Aber das ist an sich egal. Das ist auch für die Installation jetzt gar nicht so wichtig. Man kann das eine oder das andere herunterladen. So, virtuelle Maschine ist auch schon erstellt, CD reingelegt und gestartet. Und dann haben wir hier diesen Starter, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, entsprechend zu starten, was ich starten möchte. Und ich wähle ganz oben Installer aus. Und jetzt lädt NixOS quasi in die Live-Umgebung rein. Also es startet nicht wirklich ein Installer. Das ist ein bisschen verwirrend. So, hier sind wir jetzt auch drin auf einer sehr hübschen KDE-Plasma-Oberfläche. Und die Oberfläche ist jetzt irgendwie auch nicht speziell designt im NixOS-Design oder so, sondern das ist quasi die ursprüngliche, quasi die KDE-Vanilla-Design, wie man so schön sagt. Also es ist wirklich das Standard-KDE-Plasma-Design, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. So, dann als allererstes, wie immer, die Systemeinstellung mal fix gestartet. Und dann Display-Monitor und hier mal die Auflösung ein bisschen anpassen, sodass wir das Ganze starten. Und Keep. So, als nächstes möchte ich mal schauen, was die Tastatur sagt. Selbstverständlich ist meine Tastatur auf Englisch eingestellt und deswegen werde ich das jetzt mal ganz fix ändern. Einmal auf Keyboard, Layouts, hier fügen wir jetzt Deutsch als Sprache hinzu, Variant, ja, ja, hier User Layout, dann auf German, dann auf No Dead Keys, einmal auf OK und die englische Tastatur entferne ich jetzt einfach. Ich kann hier auch nochmal auf Preview gehen, aber da passiert es jetzt nicht. So, was uns hier als erstes auffällt, ist, dass es hier ein Nix OS Manual gibt. Das können wir uns mal ganz fix anschauen. Dieses Manual ist ein Handbuch quasi, das ist die komplette Installationsanleitung, die sich quasi auf der CD selber befindet, beziehungsweise in dem ISO selber befindet. Ja, also das sieht man hier oben, File, Store und so weiter. Das ist also nicht online, sondern für den Fall, dass man keine Internetverbindung hat, kann man das Ganze auch hier über das Nix OS Manual installieren. Und hier ist es, wie es ist, alles ist auf Englisch. Also Nix OS wird komplett auf Englisch dokumentiert. Das heißt, der englischen Sprache sollte man durchaus mächtig sein, wenn man Nix OS installieren möchte. Gut, sei es drum, installiert selber, wird dann über die Konsole, deswegen öffne ich jetzt hier einfach mal die Konsole und schaue mal, ob ich die... So, ich habe jetzt einfach mal das Terminal so eingestellt, dass da diese ganzen Menüs weg ist, dass wir nicht so abgelenkt sind. So, ein bisschen groß machen, dass wir das auch alles sehen. Und als allererstes schauen wir mal nach, ob wir eine... Welche Festplatten wir drin haben. Mit LSBLK können wir hier schauen. Wir haben also die Loop Devices und die ISO und natürlich die VDA. Das ist unsere Festplatte, 50 GB. Und diese müssen wir als allererstes formatieren. Und also partitionieren und formatieren. So, und wir fangen an mit einer Partitionierung. Ich habe ein UEFI-System. Also, es gibt ja dieses UEFI und Legacy BIOS und ich habe UEFI, deswegen möchte ich hier eine EFI-Partition erstellen, also eine zusätzliche Boot-Partition. Und das Tool, mit welches wir das Ganze jetzt verwirklichen, nennt sich G-Disc. Es gibt noch F-Disc und C-F-Disc und ja, das kann jeder machen, wie er möchte. Ach so, bevor wir weitermachen, ich mache mal sudo-i, weil dadurch verhindere ich, dass ich jedes Mal sudo haben muss oder sudo eingeben muss, wenn ich irgendwelche Systemänderungen durchführe. Deswegen bin ich jetzt root. So, jetzt aber. Mit G-Disc, slash dev, slash VDA, wird eine neue GPT-Partition erstellt. Und ich sage N for new. Dann Partition Nummer 1, das ist richtig. Der erste Sektor, das ist für mich in Ordnung. Und der zweite Sektor gibt jetzt an, wie groß die Partition sein soll. Und ich gebe der Partition jetzt einfach mal, man sagt immer so zwischen 200 und 500 MB, ist in Ordnung. Ich gebe der Partition jetzt einfach mal 300 MB, das denke ich mal, sollte völlig ausreichen für eine Boot-Partition. Und hier ist jetzt als Current Type, steht jetzt hier Linux File System. Das ist so nicht richtig, sondern das soll ja eine Boot-Partition, also eine EFI-Partition sein. Wenn du L eingibst, werden dir alle Codes angezeigt. Ich weiß mein Code schon, das ist EF00, ist dann die EFI-System-Partition. Ja, so, nächste ist wieder neu. Die Partition Nummer 2, das ist in Ordnung. Der erste Sektor ist in Ordnung. Und der letzte Sektor, da nehme ich dann den Rest, der noch übrig ist. Ich werde also keine separate Swap-Partition anlegen. Da werde ich gleich im Anschluss eine Swap-Datei erstellen. Dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Das hatten wir nämlich in noch keiner Installation. So, das soll auch ein Linux-Dateisystem sein. Das ist in Ordnung. Und dann war es das auch schon. Und jetzt habe ich das Ganze zwar erstellt, es muss aber noch auf die Disk geschrieben werden. Das mache ich einfach mit W für Write. So, dann werde ich gefragt, ob ich das wirklich möchte. Ich sage Ja. Dann wird das Ganze erstellt. Und dann bin ich raus aus dem Programm. Und mit LSBLK kann ich noch mal schauen, wie die Partitionen jetzt aufgeteilt sind. VDA1 mit 300 Mb und VDA2 mit 49,7. So, jetzt haben wir das Ganze partitioniert. Jetzt muss das Ganze noch formatiert werden. Wenn du den Unterschied zwischen partitionieren, formatieren irgendwie nicht so ganz verstehst und was das Ganze bedeutet, dann schau mal hier oben rechts auf dem i. Ich habe dazu bereits ein Video gemacht. So, als erstes müssen wir die Boot-Partition in ein FAT-Dateisystem formatieren. Das machen wir mit mkfs.wifat. Und dann sage ich, gebe ich jetzt die Festplatte an oder die Partition an. Das ist slash dev slash VDA1. So, dann haben wir hier ein FAT-Dateisystem. Jetzt muss das Ganze noch gelabelt sein. Was heißt muss? Es muss nicht. Aber bei NixOS macht das durchaus Sinn, die Partition zu labeln, also einem Label zu vergeben. Denn die Konfiguration kann man dann ganz einfach mitnehmen, auf einem USB-Stick in der Cloud speichern. Und wenn ich irgendwo einen Rechner installiere, ein neues Notebook und ich möchte da direkt auch NixOS drauf installieren und alle Konfigurationen gleich so übernehmen, wie ich sie jetzt hier mache, dann macht es durchaus Sinn, in der Konfiguration das Label zu verwenden. Denn die UU-ID, also der Unified Identifier, der ändert sich ja jedes Mal. Und auch das VDA, das ist ja auch nicht immer gleich. Das könnte ja auch dann SDA sein bei dem neuen Notebook, sage ich mal. SDA oder HDA. Und deswegen macht das mit dem Labeln auf jeden Fall Sinn. Denn so kann ich das Ganze dann mobil mitnehmen quasi. So, und das ist halt Sinn und Zweck auch von NixOS so ein bisschen. So, also machen wir fat-label. Sagen, was wir labeln wollen, nämlich slash dev slash VDA1. Und wir nennen das Ganze NixBoot. Es hat jetzt keinen großen Sinn, dass ich das jetzt, also es ist keine Pflicht, es so zu nennen. Es ist auch keine Pflicht, es groß mit Großbuchstaben zu schreiben. Macht aber trotzdem Sinn, denn so kann ich später in den Konfigurationen dann genau erkennen, was ist ein Label und was nicht. Das ist quasi auch für mich. Und wenn ich so konsistent bleibe bei der Installation von NixOS auf allen möglichen Systemen, dann kann ich mich da nie vertun und da versehentlich irgendwas durcheinander bringen. So, jetzt ist das Ganze gelabelt. Jetzt müssen wir die zweite Partition noch formatieren und zwar mit ext4 machen wir das, also mkfs.ext4. Das ist dann slash dev slash VDA2 und die labeln wir auch gleich mit. Das machen wir mit dem Schalter Bindestrich L und nennen das Ganze NixRoot. Das ist also die Root Partition. Und fertig. So, mit lsblk können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Gut, da werden jetzt die Labels nicht mit angezeigt. Manchmal werden sie mit angezeigt. So, ich räume hier das Terminal ein bisschen auf. Und als nächstes hängen wir jetzt unsere fertiggestellten Partitionen in das Mount Directory rein, also in diesen Mount Ordner. Und zwar mit mount. Als erstes geben wir an, was wir mounten wollen. Und zwar slash dev slash disks. Und jetzt macht das Ganze gleich Sinn. By label. Ja, also slash dev slash disk. By label. Und nix halt. Nix boot. Nein, nix root müssen wir zuerst einhängen. Boot kommt dann später. Und dann slash mnt. Und hier wird, das ist das, was eben so Sinn macht. Wenn ich auf einem anderen Rechner diese Installationsroutine quasi übernehme, diese Installationskonfiguration dann einfach übernehme, brauche ich auf meinem anderen Laptop oder auf dem anderen Computer einfach nur die Festplatte, egal was das für eine ist oder den Massenspeicher, einfach partitionieren, formatieren und diesen mit diesem Label versehen. Und dann kann ich diese Installationskonfiguration einfach übernehmen, ohne dass ich da großartig noch was ändern muss. So, und jetzt haben wir die Root-Partition in den Mount-Ordner eingehängt und erstellen jetzt erstmal einen Boot-Ordner. Das machen wir mit mkdir slash mnt slash und dann boot. Jetzt haben wir diesen Ordner und in diesen Boot-Ordner hängen wir jetzt die Boot-Partition vda1 rein. So, und das machen wir wieder mit mount slash dev slash jetzt wieder disk bei Label. Und jetzt kommt nix-boot. Wird jetzt hier eingehängt in slash mnt slash boot. Fertig. Jetzt haben wir beide eingehängt. Jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen. ls slash mnt. Also wir listen mal den Inhalt von mnt auf. Und hier sehen wir, wir haben diesen Boot-Ordner und Lost-and-Found. Lost-and-Found wird automatisch erstellt bei einer ext4-Formatierung. So, wir können direkt in den mnt-Ordner mal hineingehen, sodass wir jetzt hier drin sind. Und hier in diesen Mount-Ordner, da sind wir ja jetzt quasi dann im neuen Boot-Verzeichnis, im neuen System-Verzeichnis quasi. Hier erstellen wir jetzt ein Swap-File. Und das machen wir ganz einfach mit dd. Dann das Input-File quasi oder die Input-Daten holen wir uns aus einem, ja, ziemlich lustigen Tool namens Zero. Das ist ein Device, das einfach nur Nullen ausgibt. Auch hier habe ich schon mal das Ganze kurz erklärt. Und zwar in meinem Linux-Verzeichnisse-Video findest du oben auf dem i. Da habe ich das Ganze mal kurz erläutert. So, also slash dev slash zero, da werden jetzt Nullen erzeugt. Und diese Nullen werden in die Datei slash mnt slash Punkt Swap-File reingeschrieben. Jetzt muss ich dem Programm dd noch erklären, wie diese Datei ja strukturiert sein soll. Also die Blockgröße brauchen wir, die Block Size. Diese ist 1024 Bytes. Und ja, wie häufig brauchen wir das? Das können wir machen mit Count. Also wir brauchen das ungefähr, ich möchte eine 2 GB Swap-Datei erstellen. Und das ist ungefähr, ja, diese Größe. Und ja, dann einfach erstellen. Das braucht jetzt einen kleinen Moment. Und da haben wir es auch schon. Und das sehen wir jetzt auch hier in der Mitte. Hier sind also 2 GB oder 2,1 GB. So groß ist jetzt die Swap-Datei. So, damit das Ganze aber auch als Swap funktioniert, muss ich als erstes die Zugriffsrechte noch ändern. Das mache ich mit chmod. Das ist quasi auf allen Linux-Systemen quasi gleich. Die Zugriffsrechte ist immer chmod 600. Und dann kann ich einfach im Prinzip Punkt Swap-File. So, dann habe ich diesen Zugriffsrecht. Und dann mache ich einfach ein Swap draus. Jetzt muss das quasi formatiert werden als Swap quasi. Und bekommt dann jetzt eine eigene UUID und kein Label. Ein Label brauchen wir bei einer Swap-Datei nicht, weil wir nutzen einfach den Dateinamen dann für die Konfiguration. Auch das ist dann sehr viel einfacher, als wenn ich eine Partition habe, eine Swap-Partition. Dann müsste ich diese Swap-Partition ebenfalls einem Label geben, damit ich das Ganze in die Installationskonfiguration reinschreiben kann, falls ich das mal irgendwo hin mitnehmen möchte. So, jetzt haben wir den Swap erstellt. Jetzt muss es noch angeschalten werden. Also Swap-On. Punkt Swap-File und fertig. Und es ist an. So, damit hätten wir das ebenfalls erledigt. So, und ich muss jetzt erstmal die nix.os-Konfigurationsdatei quasi erstellen. Und das macht im Prinzip nix.os automatisch mit diesem Befehl. nix.os-generate-config Und jetzt muss ich ihm noch angeben, welches ist denn das Root-Verzeichnis? Welches soll denn dann das neue Root-Verzeichnis sein? Und das neue Root-Verzeichnis ist dann mnt. Da haben wir ja jetzt alles eingehängt. So, und ja, jetzt hat er das Ganze eingehängt. Und hier steht jetzt auch, wo ich die Konfigurationsdateien finde. Nämlich in slash mount, slash etc, slash nix.os. Ja, und das können wir ja gleich mal machen. Da gehen wir einfach rein in slash mnt, slash etc, slash nix.os. Und dann können wir uns die beiden Konfigurationsdateien hier auflisten lassen. So, und als allererstes bearbeiten wir mal die Konfigdatei. Die schauen wir uns mal an. Ich nehme mal an, Wim wird vorinstalliert sein. Und deswegen werde ich das Ganze hier mal über Wim öffnen. Wenn du Nano lieber nutzen möchtest, dann nur zu. Auch Nano ist vorinstalliert. Ich bin eher so ein Wim-Typ. So, dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Nix, die Nix-Konfigurationsdateien sind hier in einer speziellen Sprache im Prinzip geschrieben. In eine, ja, wie eine Skriptsprache oder eine Programmiersprache. Es ist ja nicht, es ist eine Skriptsprache. Und zwar tatsächlich eine Nix-eigene Sprache. Die nennt sich Nixlang. Also Nixlanguage. Damit bleibt dann diese Schreibweise systemweit einheitlich. So, was können wir hier daraus lesen. Hier oben wird gesagt, dass es sich um eine Konfiguration handelt. Und dass hier der Paketmanager an sich, der Nix-Paketmanager, auch angesprochen wird. Wenn ich also eine Installation durchführe, dann soll er diese, wenn ich die Pakete benenne, dann soll er automatisch diese Pakete aus dem PKGS holen. Ja, weil man kann hier rein theoretisch auch andere Paketquellen angeben. Da kommen wir dann gleich noch zu weiter unten. So, hier wird dann automatisch in die Konfiguration die Hardware-Konfiguration importiert. Die schauen wir uns gleich im Anschluss noch an. Und wir machen hier weiter. Standardgemäß bei EFI-Systemen ist eben das System-D-Bootloader. Der ist aktiv. Das ist auch okay. Und can't touch EFI-Variable ist true. Das kann auch so bleiben, wie es ist. Da ändern wir jetzt erstmal nichts dran. Aber hier möchte ich eine Änderung haben. Hier machen wir nämlich den Hostname. Und den nennen wir einfach mal Nixbox. Einfach mal aus Spaß. Das steht nachher dann im Terminal drin. So, falls ich WLAN habe, könnte ich das WLAN aktivieren. Dann wird nämlich automatisch nachher bei der Basisinstallation WPA Supplicant mit installiert. Das sind dann quasi die Treiber für, oder die Open-Source-Treiber für die WLAN-Karte. Ich habe hier in meiner virtuellen Maschine keine WLAN-Karte drin. Deswegen brauche ich das jetzt nicht. Aber wir werden hier noch eine Zeitzone aktivieren. So, ich befinde mich in Europe Berlin. So, einmal hier. Und hier steht Networking Use DHCP. Das steht hier standardgemäß auf False. Du kannst das natürlich auch aktivieren. Dann bedeutet das, sobald du ein neues netzwerkfähiges Gerät in deinen Rechner anhängst, zum Beispiel eine externe WLAN-Karte, dann sorgt der DHCP-Service auf deiner NixOS-Installation, dass dieses Gerät automatisch eine IP-Adresse bekommt. Ich lasse das Ganze jetzt hier aber auf False, denn das Netzwerk-Interface ENP1S0, das ist quasi die Schnitt, die Netzwerkkarte, die jetzt gerade aktiv ist, die ist automatisch auf True gesetzt. Und somit ist das für mich in Ordnung. So, hier kann ich noch ein Proxy angeben, wenn ich einen habe. Das habe ich natürlich nicht. So, Internationalisierung müssen wir hier auf jeden Fall aktualisieren, denn wir sind ja in Deutschland und somit international. Als allererstes mache ich hier mal die Raute-Zeichen alle weg. So, das gefällt mir. So, machen wir hier. Das Locale, in dem wir uns hier befinden, ist de-de.utf-8. Das ist okay. Der Latin2 Terminus-Fund kann bleiben, aber die Keymap ist de-Standard. So würde ich das jetzt hier einstellen. So, soll der X-Server aktiv sein? Jawohl, das ist ein Service, der automatisch gestartet werden soll. Ja, das ist im Prinzip, sind das jetzt die Services. Das, was beim Booten automatisch gestartet werden soll, wird jetzt hier einfach reingeschrieben. Ja, ich muss jetzt also nicht in der Konsole jeden Dienst einzeln irgendwie Systemd, Enable Bluetooth, Systemd, Enable Caps und so weiter, sondern ich stelle das alles hier schon ein und dann wird das Ganze automatisch aktiviert. Hier zum Beispiel der Plasma 5 Desktop. Dann wird dann der X-Server, der Display Manager, SDDM, auf Enable gesetzt, also auf True. Und X-Server, der Desktop Manager, soll Plasma 5 sein, ist ebenfalls auf True. Wenn ich jetzt zum Beispiel GNOME installieren möchte, ja, dann gebe ich hier zum Beispiel einfach GDMX Enable True ein und hier dann einfach GNOME Enable True. Und voilà, schon wird dann GNOME installiert, ganz automatisch. Also brauche ich keine Pakete irgendwie auswählen, welche denn jetzt zu GNOME oder zu Plasma gehören. Dazu genügen einfach diese zwei Einstellungen und das finde ich cool. So, dann hier oben haben wir ja die Einstellung für das Terminal gemacht und hier machen wir jetzt noch die Einstellung für X11, für den grafischen Server. Dann auch hier möchte ich natürlich, dass der X-Server mir das richtige Tastaturlayout auch ausgibt und das ist standardgemäß bei mir DE und die Keyword Options mit dem Euro-Zeichen. Das können wir auch so lassen, sodass das Euro-Zeichen sich auf dem Buchstaben E befindet. Das ist nämlich nicht in allen Deutsch-Layout-Tastaturen der Fall. Ich glaube, bei der Schweizer Tastatur oder auch bei der österreichischen Tastatur könnte das, glaube ich, das Euro-Zeichen auch woanders sein. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. So, Enable Cups, das ist der Drucker-Service. Wenn ich einen Drucker vorhabe anzuschließen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze zu aktivieren. Ich, ja, also hier, dann wird automatisch die Drucker-Treiber, die Standard-Drucker-Treiber mit installiert. Ich lasse das jetzt der Einfachheit halber einfach aus, weil ich habe jetzt nicht vor, hier einen Drucker-Treiber anzuschließen. Aber Sound möchte ich durchaus haben. Das ist einmal Sound Enable, ja, und ich möchte dafür Puls Audio verwenden. Auch das ist okay. So, wenn ich das Ganze auf ein Notebook, zum Beispiel auf ein Convertible installiere, dann habe ich hier die Möglichkeit, den Touchpad-Support zu aktivieren. Ja, dann einfach hier die Raute-Taste weg und dann wird der Touchpad-Support aktiviert. So, hier kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das ist ein Nutzer-Account, denn aktuell haben wir ja nur den Root-Nutzer dann, der in der Installation nachher aktiv sein wird. Also müssen wir jetzt hier schon mal einen Benutzer festlegen. Rein theoretisch könnte man das auch später dann machen beim Einloggen. Aber ich finde, das ist ziemlich, ja, es ist nicht sehr cool. Nach dem Neustart, dann loggst du dich mit Root ein und dann musst du erst einen neuen Nutzer erstellen und ein Passwort vergeben. Dann loggst du dich wieder aus und dann loggst du dich mit dem neuen Nutzer ein. Warum auch? Ja, das kann man ja, das Ganze kann man ja dann hier in der Konfiguration im Prinzip schon fertig machen. Mein Benutzername wird der Name Typ. Ich bin ein, ja, normaler Nutzer und ich möchte mit in die Real-Gruppe rein, damit ich Sudorechte habe. Und was ich ebenfalls jetzt machen kann, ist noch ein Initial-Passwort festlegen, weil wenn ich das jetzt hier nicht festlege, müsste ich nachher einfach, müsste ich mich in den Root-Account erst einloggen, dann das Passwort ändern und dann wieder ausloggen, um mich dann einloggen zu können mit dem Nutzer-Typ. Und deswegen kann ich hier ein Initial-Passwort festlegen mit Initial-Passwort ist gleich. Und dann gebe ich jetzt hier einfach mal Pass ein. Ja, das Initial-Passwort sollte man dann nicht als End-Passwort auch verwenden, sondern nachher beim Einloggen ist das Erste, was ich dann mache, das Passwort ändern in ein sicheres, kompliziertes Passwort dann. Ja, aber so wird dann dieser Benutzer-Typ bei jeder Installation, die ich mit dieser Installations-Konfiguration dann angebe, wird dann automatisch schon erstellt mit dem Standard-Passwort und den Standard-Gruppen. Gut, dann machen wir weiter. Hier kommen wir jetzt zu den Paketen, die als Systemprofil vorinstalliert werden. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir hier schon mal ein paar Sachen vorinstallieren. Also, ich möchte, also Environment muss erst mal aktiviert werden. Hier oben steht nur, mit nix-search-wget kann ich zum Beispiel schauen, ob das Paket wget überhaupt mit PKGS gibt oder ob ich das zum Beispiel aus Quellen installieren muss. Nehmen wir mal an, ich möchte wget installieren, aber es befindet sich gar nicht in dem Repository. Ja, das kann ich, muss ich ja vorher suchen. Und wenn der das nicht in dem Repository findet, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wget zum Beispiel aus vom Entwickler, von der Entwickler-Homepage herunterzuladen, zu kompilieren, zu installieren. Ja, das ist halt das Schöne bei Linux. Das kann man dann super einfach machen. In dem Falle ist aber jetzt wget mit dabei. Und Firefox möchte ich auch mit installieren. Du kannst als, WIM wird jetzt hier als Standard-Editor mit installiert. Hier steht auch, don't forget to add an editor to edit configuration nix. Das ist nämlich extrem wichtig. Ich glaube aber, das Konsolenprogramm VI, also Y oder V, wird mit installiert. Und hier steht auch, der Nano-Editor wird ebenfalls standardgemäß schon mit installiert. Ja, ich belasse es jetzt aber auch bei WIM. Wget ist nachher wichtig, falls man mal Quellpakete irgendwo herunterladen möchte, sollte man Wget mit installieren. So, was haben wir hier? SSH-Support können wir hier direkt aktivieren, wenn wir das möchten, wenn ich also von hier nur eine Basisinstallation mache und dann von einem anderen Rechner dann darauf zugreifen möchte, zum Beispiel, weil ich nix OS als Server benutze. Ja, dann macht das auf jeden Fall Sinn, das zu aktivieren. Möchte ich jetzt hier aber nicht. Hier kann ich gleich noch Firewall, das sind die Firewall-Einstellungen. Hier kann ich Ports sperren und erlauben, wenn ich das denn möchte. Auch das möchte ich jetzt aktuell nicht. Und hier habe ich zum Schluss die Systemstandard-Version 21.11. Könnte man rein theoretisch ändern, aber es ist auf keinen Fall zu empfehlen, denn ein System-Update wird anderweitig durchgeführt und dann wird die System-Version automatisch in der Konfigurationsdatei geändert. Hier ist es wirklich immer zu empfehlen, das Ganze, auch hier die Kommentare durchzulesen, zu verstehen und dann auch den Empfehlungen Folge zu leisten. So, mit Doppelpunkt X verlasse ich jetzt hier den WIM-Editor und damit werden alle Sachen hier gespeichert, die ich jetzt hier, ja, eingestellt habe und geschlossen. So, und als nächstes schauen wir uns hier die Hardware-Konfiguration mal an. Auch wieder mit WIM-Hardware-Konfiguration. Und, ja, das ist ziemlich übersichtlich. Und hier steht direkt oben in der Kopfzeile Don't modify this file. Also, diese Datei bitte nicht bearbeiten, weil diese automatisch von Generate-Config erstellt wurde. Das ist erstmal auch grundsätzlich soweit richtig und macht natürlich auch Sinn, denn diese Datei ist ja erstellt basierend auf dem System, auf dem ich mich gerade befinde oder das, was ich jetzt quasi konfiguriere. Hier hat er zum Beispiel erkannt, dass ich mich in einer virtuellen Maschine befinde. Deswegen hat er hier automatisch die QEMU-Guest ins Profile mit eingebunden. Und das finde ich total toll. Ebenso die dazugehörigen Kernel-Module, die dann für meine virtuelle Maschine auch funktionieren werden. Das sind dann die WIRT-IO, wie die Festplatte oder der Grafiktreiber. Ja, oder hier WIRT-IO-Block, das sind dann die Festplatten, die Festplatte. Hier kann ich noch Körnermodule noch hinzufügen, wenn ich das denn möchte. Allerdings werde ich hier trotzdem eine Änderung durchführen, auch wenn ich gewarnt werde, es nicht zu tun. Allerdings wird die Änderung ein bisschen, die wird gleich Sinn ergeben, denn hier hat er als Dateisystem die Discs quasi nach der UUID aufgelistet. Und das möchte ich aber nicht. Ich möchte ja, dass die Konfigurationen nach Label gespeichert werden. Und da hatten wir einmal, das ist jetzt hier das Root-Verzeichnis, also bei Label und dann Nix-Root. Und hier unten machen wir auch gleich noch weg. Label Nix-Boot. Und wir müssen die, da wir ja keine Swap-Partition haben, hat er natürlich auch das nicht erkannt, dass wir ein Swap-Gerät haben. Die haben wir jetzt erst danach erstellt, als die Konfigurationsdatei bereits erstellt worden ist. Und deswegen erstellen wir das Ganze jetzt hier auch. Und zwar mit zwei geschweiften Klammern. Ich werde jetzt nicht näher auf die Namenskonvention hier eingehen, beziehungsweise auf die Syntax hier, auf die Konfigurationssyntax. Dazu gibt es online auf den Wiki-Seiten von Nix-URS wirklich eine ausführliche Dokumentation, wie dieses Nix-Lang überhaupt benutzt wird und wie es strukturiert wird. Ja, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, wie es ist. So, Device lege ich nämlich jetzt hier fest. Und das Device ist slash.swapfile. Das müssen wir noch hinzufügen. Damit weiß jetzt die Nix-OS-Konfiguration, die Hardware-Konfiguration, welches die Swap-Partition in Anführungsstrichen ist. Ja, gut. Und das war es auch schon. Dann können wir hier rausgehen. Einmal mit Doppelpunkt X wieder raus. Gut, dann sind wir im Prinzip soweit durch mit der Vorbereitung. Denn hier möchte ich jetzt Nix-OS installieren. Nix-OS Bindestrich Install. Hier wird jetzt die Magie passieren. Und ich sehe hier, hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Und das ist schön, dass dieser Fehler auch angezeigt wird. Denn falls man sich in einer Konfiguration mal wirklich vertut oder irgendwie vermacht, braucht man keine Angst haben, dass gleich das ganze System zerschossen wird. Sondern Nix-OS zeigt direkt schon an, wo der Fehler ist. Um kurz zu erklären, was dieser Fehler jetzt hier bedeutet. Hier herrscht ein Syntax-Fehler. Er hat mich irgendwo verschrieben. Und zwar muss an jedem Zeilenende immer ein Semikolon hin. Und dieses ja, das erwartet ja im Prinzip auch in Zeile 66 ab Position 16. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Also mit vim slash etc slash nixers slash konfiguration. Aha. So, dann wollen wir mal schauen, wo ich hier diesen Fehler gedroppt habe. so, hier bei Initial Password, da haben wir das Problem. Einmal hier hinten ein halt Semikolon hin. Und ich glaube, alles andere stimmt dann soweit überall hinten. Ja, wenn man sieht, hier überall hinten hinter diesen Befehlen muss ein Semikolon hin. Sonst funktioniert das nicht. Dann können wir hier wieder raus und das Ganze nochmal starten. Hier haben wir in der Hardware-Konfiguration dasselbe Problem. Kein Problem. Auch hier hinter Device Swap File, da habe ich mich ebenfalls vermacht. Ein Semikolon hin. Auf, los, geht's los, wieder zurück. und ja, sieht gut aus. Jetzt wird die Konfiguration komplett eingelesen und die Installation automatisch gestartet. Alle notwendigen Pakete für die Installation werden jetzt heruntergeladen und installiert und das kann je nach Internetgeschwindigkeit und Computerleistung durchaus einen Moment dauern. Und ja, dann warten wir mal ab. Und zum Schluss der Installation muss noch für den Benutzer Root ein Root-Passwort vergeben werden. Und damit ist die Installation abgeschlossen. Und dann gehe ich hier mal raus und sage Unmount All. Die Fehlermeldungen sind in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und ja, damit sind wir quasi durch mit der Installation und können einfach mal das ganze System neu starten mit Reboot. So, das ist der Systemd Bootloader. Der sieht ein bisschen anders aus als Grub, aber erfüllt seinen Zweck. Und hier kann ich direkt in Nix OS hineinbooten. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich ja vorhin auch schon sagte. Dadurch, dass ich ein Initialpasswort festgesetzt habe, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mich direkt als mein Benutzertyp einzuloggen. Und hier sind wir auch schon in der Oberfläche. Die ist wirklich sehr, sehr schick und sehr, sehr sauber. Als allererstes hier sehen wir auch schon, ist alles auf Deutsch schon eingestellt. Ja, ich habe ja die Locals auf Deutsch gesetzt. Das ist dieses DE UTF 8, was da eingestellt worden ist. So, als allererstes die Auflösung wieder ein bisschen anpassen. Jawohl, sieht sehr gut aus. und ja, das ist jetzt quasi das installierte System. Als allererstes verfolgt. So, als allererstes das Passwort ändern mit Pass WD. Doppel S natürlich. Hier das aktuelle Passwort. Dann das neue Passwort. Und fertig. Ja, und dadurch spare ich mir eben dieses erst im Root einloggen, Passwort ändern, ausloggen, im Typ einloggen und so weiter. So, und hier sehen wir auch, hier steht als Name Typ at nixbox. Und nixbox, das ist quasi der Hostname, den wir festgelegt haben. Ja, so schließt sich quasi der Kreis. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so alles Schickes installiert haben. Und wir werden feststellen, es ist gar nicht so viel installiert. Ich bleibe jetzt hier gleich mal auf alle Anwendungen, weil die Liste ist gar nicht so lang. So, wir haben ein, also Dolphin als Standard Dateiverwaltung, das ist ganz klar, bei KDE. Dann, Elisa ist unser Audio Player, ein Audio Wiedergabegerät. Eine Emoji Auswahl haben wir, für den Fall, dass wir beim Schreiben ein Emoji brauchen. Firefox ist dann der Browser, das hatten wir ja in der Konfiguration Punkt nix drin stehen gehabt, dass wir Firefox haben wollen. Grandview ist Standard gemäß bei KDE mit dabei. Dann Hilfe und Infozentrum, dann die Konsole als Standard Terminal für KDE genauso wie der K-Wallet Manager. So, Nix OS, das Manual, was wir schon auf der Live-CD gesehen haben, was auf dem Desktop verlinkt war, haben wir hier auch noch mal drin. Ups, jetzt bin ich raus. So, haben wir hier auch noch mal drin. Ocular ist quasi ein PDF Viewer, ebenfalls Standard bei KDE Plasma mit drin. Spectacle und Systemmonitor und die Systemeinstellung ebenfalls Standard gemäß bei KDE. und X-Term ist das Terminal, der für das gesamte X-Window-System wird immer Standard gemäß installiert. Und das war es im Prinzip auch schon. Mehr ist erst mal nicht installiert. Wir haben hier also eine wirklich extreme rudimentäre Installation. So, und um den Unterschied von Nix OS bezüglich anderen Betriebssystemen einfach mal wirklich zu, ja, anschaulich zu visualisieren, schauen wir uns doch einfach mal in das BIN-Verzeichnis. Normal ist es so, sämtliche Programme, die eben auf einem Betriebssystem installiert werden unter Linux, werden quasi als, ja, im BIN-Verzeichnis abgespeichert. Und auch hier hatte ich dazu in dem Linux-Verzeichnis das Video dazu schon was gesagt. Da einfach mal gegebenenfalls dir das Video mal anschauen. So, wir gehen mal in den Ordner rein, slash user slash bin. Das ist nämlich das BIN-Verzeichnis. Und hier sind, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier ein LS eingebe, minus LA, damit das alles auch aufgelistet wird, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt Enter drücke, erwarte ich normalerweise, dass jetzt hier eine riesenlange Auflistung von Tools und Programmen kommen oder Systemprogramme im Prinzip, ja, so wie zum Beispiel LS selber oder auch CAD, WIM, Nano, alles, was ich eben so habe. Und ich drücke jetzt mal Enter, Achtung, und ja, ist natürlich nicht allzu viel gesehen. Ist natürlich nicht allzu viel zu sehen. So, hier gibt es nämlich nur einen einzigen Link, das ist der ENV. Und ENV, Environment, ist quasi, ja, ist einfach nur eine Verlinkung und diese verlinkt auf den Ordner Nix Store und dann diese, ich sag mal, kryptischen Zeichen Core Utils Bin Environment und da, bei den Core Utils, da sind nachher alle Tools und Programme drin. Und wenn ich im Root-Verzeichnis mich befinde, also wirklich in der obersten Verzeichnisebene und einfach mal ein, ja, LS ausführe, dann sehe ich zwar die Standard-Ordner, die ich, die man vielleicht schon so kennt, aber da gibt es jetzt auch den zusätzlichen Nix-Ordner. In den gehen wir mal kurz rein. Nix. Und hier gibt es dann den Store und die Variablen und Store ist jetzt nicht der, ja, Store in Form von Shop oder so gemeint, sondern als Store ist im Prinzip das Lager gemeint. Hier werden sämtliche Programme eingelagert. Mit LS-LA kann ich mir auch noch mal angucken, was das Besondere ist. Hier ist so ein Sticky-Bit, ja, das heißt, das kann, kein fremdes Programm kann hier einfach drinne etwas ändern. Mal schauen, was da drin ist. So, und hier haben wir im Prinzip alle Programme jetzt aufgelistet und alle Programme bekommen vorher, bevor die Beschreibung kommt, eine Art Hashwert zugewiesen, um dieses Tool quasi so einzigartig wie möglich zu halten und auf dem System zu halten. Denn es gibt eine wunderbare Eigenschaft von NixOS, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal hier OpenSSH aus dieser Version, wenn jetzt eine neue Version verfügbar ist, zum Beispiel nehmen wir mal OpenSSH 8.9, ja, und ich update das System und installiere OpenSSH 8.9, dann wird nicht etwa so wie sonst üblich einfach das hier überschrieben und installiert, sondern es wird ein neuer Hash erzeugt und OpenSSH 8.9 als komplett neues Programm quasi erstellt, als eigenständiges Programm mit eigenen Abhängigkeiten und lediglich innerhalb der Variablen nachher, das ist dann dieser Variablen Ordner, da wird dann einfach OpenSSH auf den neuen, auf das neu geupdatete Programm einfach verwiesen durch einen Link, durch ein System Link und sollte das die neue Installation oder das neue Update zum Beispiel 8.9 jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht richtig funktionieren oder einen Fehler verursachen und ich möchte wieder auf die alte Version zurück, dann kann ich das mit dem Rollback-Befehl machen und dann wird einfach die Verlinkung und das ist das Coole, die Verlinkung in den Variablen wird dann einfach wieder auf das OpenSSH 8.8 hier verwiesen und mehr ist es dann im Prinzip nicht und das macht Nix OS, den Paketmanager Nix OS so unglaublich einzigartig und unterscheidet sich wirklich massiv von allen anderen Paketmanagern. Der Nix Paketmanager kann übrigens auch auf Ubuntu, Mint, Arch, überall kannst du den Nix Paketmanager installieren, falls dir die Art der Versionierung besser gefällt, auch mit dem Rollback ist das überhaupt kein Problem, mit den Anleitungen auf der Nix Homepage kannst du das Ganze auch auf deinem Betriebssystem einrichten, du musst dafür nicht zwangsläufig Nix OS installieren. So, jetzt ist es ja so, es kann ja passieren, dass wir neue Programme installieren möchten, ja, zum Beispiel Htop oder Gimp, Blender, irgendein Programm und es gibt dafür, ich werde jetzt hier mal das Terminal nochmal öffnen, die Konsole und werde sie hier einfach mal anhängen an die Leiste hier, dass wir gleich immer mal wieder drauf zugreifen können, genau, so, und normal ist es so, wenn ich ein Programm installieren möchte, so wird es dann auch in den Handbuch von Nix OS beziehungsweise von Nix dargestellt, dann mache ich das ganz einfach mit Nix Bindestrich ENV, ja, das ist dann dieses Nix Environment, dieser Ordner, wo wir eben drin waren, dann mit Bindestrich I und ein großes A, dann gebe ich halt den Paketnamen hier ein, PKGS nehmen, hier den Paketnamen und ja, dann wird das Ganze installiert, ja, ich kann hier zum Beispiel einfach, was weiß ich, Blender, oder ich kann das auch weglassen, glaube ich, und dann muss ich nur PKGS Punkt Blender, so, dann kann ich so jetzt zum Beispiel Blender installieren, ja, das Problem ist, das Ganze wird in die, in die, um, in die, in meine eigene Profilvariable reingespeichert und wenn ich nachher aber mal ein System Update machen möchte, das heißt, alle Pakete updaten, dann werden die, wird diese Version dabei nicht berücksichtigt und das macht das Updaten von eigens installierten Programmen immer ein bisschen schwierig. Ja, die Programme, die schon vorinstalliert sind quasi, die ich in der Systemvariable drin habe, wie wir eben gesehen haben, wie Firefox zum Beispiel oder halt KDE Plasma, das wird dann geupdatet, aber alles das, was ich jetzt zusätzlich installiere, wie zum Beispiel GIMP oder OpenOffice oder LibreOffice, wie auch immer, das würde dann nicht mit geupdatet werden und das ist ein bisschen doof, sage ich mal, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte und dafür gibt es eine Lösung bei Nix OS, die man dann einrichtet und diese Lösung nennt sich Home Manager. Den schauen wir uns mal an. So, das ist dann, ja, wir können da einfach mal googeln. Nix OS Home Manager. Ja, ich stimme dem zu und dann gehe ich hier einfach auf GitHub. So, und hier bin ich bei der Nix Community auf dem Home Manager. Ich mache das mal ein bisschen größer für, damit man das hier wirklich gut sieht. Hier wird jetzt im Prinzip alles beschrieben, was der Home Manager ist. Ich gehe jetzt auch nicht allzu sehr in die Tiefe, also ich kratze jetzt hier nur die Oberfläche mal an, das heißt, wir werden den Home Manager jetzt mal installieren nach Anleitung. Hier steht auch wie mit den Nix Flakes, was das bedeutet und so weiter. Das geht alles viel zu sehr in die Tiefe, also es ist unglaublich variabel dieses Betriebs oder der Home Manager oder überhaupt nichts. und wir werden jetzt einfach mal den Home Manager einfach installieren und mal schauen, wie das Ganze funktioniert. So, als erstes bin ich jetzt hier in die Installationsbeschreibung reingegangen und da sehe ich dann hier, kann ich dann jetzt über Nix Channel dann entsprechend den Home Manager herunterladen. Hier muss ich aber aufpassen, welchen Channel ich benutze. Hier ist zum Beispiel der Master Channel, das ist dieser Unstable Channel. Den haben wir nicht. Wir haben ja die Version 21.11 installiert und deswegen nehmen wir hier auch diesen Channel, einfach diesen Link rauskopieren, dann hier rein, ja, rein einfügen und dann einfach Enter. Dann ist das Ganze jetzt drin und jetzt als nächstes noch mit Nix Channel Update, das sehen wir hier, dann, so, hier Nix Channel Update wird dieser Home Manager jetzt erstmal in den Nix Channel als Repository quasi hinzugefügt, das sehen wir jetzt hier. Das Ganze ist jetzt unter Nix Store und dann als Home Manager quasi wie ein Repository mit drin und es wurde ein System-Link in der User-Umgebung ebenfalls eingerichtet, so dass ich jetzt den Home Manager direkt als solchen auch ansprechen kann. Ja, so, hier ist es jetzt wichtig, jetzt haben wir das ja, die Verlinkung, aber wir müssen uns wenigstens einmal nochmal aus- und einloggen, deswegen werde ich jetzt hier mal kurz einen Haken, ja, mal kurz hier eine Favorit anlegen, dass ich hier gleich wieder drauf zugreifen kann, einmal ausloggen, wenn ich das getan habe, so, einmal hier abmelden, abmelden, wieder einloggen, das ist notwendig, weil es sonst bei dem nächsten Befehl, den wir jetzt hier ausführen, zu einem Fehler möglicherweise kommt und Open Previous Tabs, das ist super, ne, den wollen wir aber nicht, wir wollen den Home Manager hier, ne, Standalone-Installation, so, es gibt hier in dieser Installationsanweisung noch, ja, 100 andere Möglichkeiten, wie ich den Home Manager als Nix OS Modul mit integrieren kann und so weiter und so fort, gut, wir belassen das jetzt aber erstmal so, wie es ist und als nächstes muss der Home Manager jetzt als allererste Generation installiert werden über die Nix Shell, ich glaube, das müsste hier dann auch irgendwo schon stehen, gucken wir mal schnell, gucken wir mal schnell, das ist das Modul, ja, hier sind wir, ne, wir haben jetzt hier Standalone-Installation, wir haben das jetzt hier durchgeführt, wir haben das runtergeladen, das brauchen wir hier nicht, wir müssen jetzt also den Nix Pass, also den Pfad, müssen wir jetzt nicht noch standardisieren oder exportieren, weil das ist nur wichtig, wenn ich jetzt kein Nix OS verwende, sondern ein anderes Betriebssystem, deswegen können wir das überspringen, aber hier, hier muss ich dann den ersten Home Manager, die erste Home Manager Generation erstellen, indem ich hier diesen Befehl einfach ausführe, wichtig ist alles, was wir bis jetzt hier ausführen, wird nicht als Root, sondern als Endnutzer ausgeführt, ja, also nicht als sudo Nix Shell oder so, sondern wirklich nur als Nix Shell ohne Root, so und dann installieren wir das Ganze jetzt, jetzt wird die Konfigurationsdatei erstellt und es werden jetzt die ganzen dazugehörigen Abhängigkeiten, ja quasi abgespeichert und das kann je nach System auch wieder ein kleines bisschen dauern und deswegen warten wir noch kurz ab. So, dann ist das auch schon fertig und hier zeigt er mir dann auch an, das Home Manager Tool ist jetzt installiert und kann quasi genutzt werden oder auch editiert werden und dazu wurde jetzt in der, in meinem Heimordner wurde eine Konfigurationsdatei namens home.nix erstellt und hier steht auch nochmal mit man home configuration.nix kann ich dann nochmal mir so eine Art Handbuch anzeigen lassen, was ich denn so alles einstellen kann, das würde jetzt aber viel zu weit führen, ich möchte jetzt hier einfach mal nur so drauf zugreifen, Wim hatten wir ja installiert, deswegen bleibt das auch so und ich öffne jetzt einfach nix package home.nix So sieht das Ganze aus, die Namenskonvention oder die Skript-Sprache haben wir ja schon so ein bisschen kennengelernt, sieht man ja hier mit diesem Config und pkgs und das ist tatsächlich angelehnt an die Systemkonfigurationsdatei, sie funktioniert im Prinzip ganz genauso, nur jetzt auf Nutzerebene, so kann quasi jeder Nutzer seinen eigenen Home Manager haben mit den eigenen Programmen, mit den eigenen Einstellungen und diese kann man dann eben auch portabel irgendwo hin mitnehmen und in ein anderes System integrieren. Wichtig ist, dass dann der Nutzername und Typ dann entsprechend gleich ist, wie auf dem Zielsystem, auf dem anderen System, ansonsten das entsprechend ändern. Ich lasse das natürlich jetzt, weil das ist unser System. Auch hier ist die Version 21.11, das wird hier nicht geändert, das ändert sich nachher alles, wenn ich ein Systemupgrade mache und hier zeigt er mir nur, dass der Home Manager automatisch eingeschalten ist und eben alle Programmen, ja, oder dass er sich selber managt quasi und das ist auch das, was ich möchte. So, dann wollen wir mal noch ein paar Pakete installieren, nicht allzu viel, aber nehmen wir mal an, ich möchte jetzt zum Beispiel Htop oder NeoFetch installieren, dann hatten wir ja gerade, habe ich ja gerade schon erklärt, das macht sich über die Konsole jetzt nicht gut, ist nicht so gut, wenn ich das über die Konsole mache, sondern dass das ausschließlich über den Home Manager gemacht wird und das funktioniert folgendes, ich erstelle jetzt hier eine Anweisung, die nennt sich Home Packages, Home.packages ist gleich, dann haben wir hier wieder diese eckigen Klammern und ein Semikolon dahinter, das nicht vergessen, das Semikolon ist lebenswichtig. So, dann kann ich jetzt hier das entsprechende Paket eingeben und zwar pkgs .neofetch zum Beispiel oder machen wir mal erstmal Htop, ja, Htop und dann auch pkgs .neofetch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es diese Tools überhaupt gibt oder ob es diese Programme gibt, ich habe jetzt hier einfach mal ein neues Unterfenster geöffnet, kann ich das auch gucken mit nix search und dann neofetch dann braucht er eine Weile, ehe der jetzt die Verbindung zur Datenbank aufbaut und danach sucht so und da hat das auch schon gefunden und zwei Sachen hat er gefunden, einmal fresh fetch auch aus dem nix repository fresh take on neofetch und nix package neofetch die unstable Version, also das ist im Prinzip das Original, ja, gut und dann kann ich das hier quasi so eingeben und damit ich nicht bei jedem Programm immer dieses pkgs hier davor schreiben muss, kann ich im Prinzip hier auch eintragen with pkgs Semikolon nicht vergessen und dann kann ich das hier im Prinzip alles weglassen so und dann insta brauche ich null, kann ich hier im Prinzip die Sachen einfach ja, auflisten, die ich haben möchte ne, htop neofetch neofetch äh, ja, aliqurity, wenn ich jetzt ein anderes Terminal haben möchte, weil mir vielleicht die Konsole nicht gefällt, also die kde-Konsole nicht gefällt, kann ich zum Beispiel auch aliqurity installieren, ja, das lassen wir jetzt mal als Beispiel, gehen wieder aus der Konfiguration raus, mit doppelpunkt x speichere ich das Ganze ab und schließe das in vim und jetzt müssen wir ja natürlich dem System das jetzt irgendwie noch sagen, dass er das jetzt aktivieren soll, weil htop zum Beispiel funktioniert natürlich jetzt nicht, ne, das ist ja jetzt nicht da, so, und wie mache ich das? Mit dem Befehl HomeManager Switch Home Home Manager Switch Switch bedeutet im Prinzip äh, ja, umschalten, ja, oder schalten und damit lädt er dann die neue HomeNix-Datei ein und installiert dann die Pakete. So, hier haben wir dasselbe Problem wie eben mit dem, äh, ah ja, ich habe den Fehler gefunden und zwar diese geschweifte Klammer äh, darf da gar nicht hin, sondern die muss hier ans Ende, das habe ich versäumt, aber man lernt ja nie aus. jetzt auf Switch und jetzt liest er das alles ein und installiert im Prinzip meine Programme, das geht dann auch recht zügig und wenn ich jetzt Htop öffne, dann funktioniert das auch und, äh, wie ich sehe, obwohl ich jetzt hier schon eine ganze Menge gearbeitet habe, bin ich noch weit unter einem Gigabyte an Verbrauch, ja, das heißt, das System ist wirklich sehr sparsam, würde ich jetzt das System neu starten und, äh, gleich Htop ausführen, wären wir glaube ich bei 8, äh, bei knapp 400, 500 Megabyte, also es ist wirklich unglaublich sparsam und natürlich auch, äh, KDE Plasma ist ja ebenfalls nicht ganz so ressourcenhungrig wie zum Beispiel GNOME. So, dann, äh, hätten wir das. So funktioniert das im Prinzip mit, äh, mit der Installation, wenn ich, äh, ein Programm nicht mehr haben möchte, äh, genügt es dann quasi einfach, äh, das Ganze in der Datei zu ändern, in der Home-Datei kann ich zum Beispiel auch einfach nur eine Raute davor machen, das ist ja das Symbol zum Auskommentieren und dann gehe ich einfach wieder auf Home Manager Switch und dann ist er auch fertig und wenn ich jetzt nochmal htop starten möchte, sagt er mir, das Kommando wurde nicht gefunden und das Ganze ist nur auf meinem Benutzer. Das heißt, ich, äh, greife damit nicht irgendwie in, äh, in die, äh, in die Systeme von anderen Nutzern, die hier vielleicht mit auf dem System drauf sind, wie zum Beispiel die Familie oder, ja, wenn ich in der Familie einen Computer habe und da mehrere Benutzer, Mutter, Vater und die Kinder haben jeder einen eigenen Benutzerkonto, dann, äh, kann jeder seine eigenen Tools und Programme installieren und dann kann, äh, also ohne, dass der andere Nutzer auf diese Tools eben zugreifen kann und das ist, äh, unglaublich schön, dass das Ganze wirklich so abgetrennt ist auch, ja, so, aber man kann ja nicht nur Programme installieren, äh, man kann tatsächlich ganze Konfigurationen gleich mitliefern, ja, zum Beispiel haben wir jetzt in diesem Beispiel, äh, Alacrity, das ist ein Terminal-Programm, ich glaube, das müsste hier sogar schon irgendwo angezeigt werden, äh, gucken wir mal, da ist es schon, ja, Alacrity, das ist ein Terminal-Emulator, ja, das ist also, ich finde den persönlich ein bisschen schöner als Konsole, der Konsole so ein bisschen, naja, aufgebläht mit seinen ganzen Sachen hier, aber sei es erstmal drum, äh, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, äh, das Ganze habe, dann, äh, möchte ich ja, wenn ich Alacrity irgendwo installiere, vielleicht auch schon meine eigenen Konfigurationen von Alacrity gleich mitliefern, so dass der das Ganze schon so einstellt, wie ich das haben möchte, ja, und die Konfigurationen von Alacrity werden normalerweise hier reingeschrieben in, äh, Punkt-Config, dann wird es einen Ordner geben, der heißt, äh, Alacrity, und dann befindet sich in diesem Alacrity-Ordner dann die Alacrity-Punkt-YAML-Datei, das ist die Konfigurationsdatei von Alacrity, ja, aber es geht jetzt gar nicht so sehr um die Konfiguration von Alacrity an sich, sondern einfach nur als Beispiel, wie ich dann eine Programmkonfiguration von dem Programm, was ich installieren möchte, gleich mitliefern kann, und das kann ich hier auch schon in dieser, äh, Home-Nix-Datei gleich mit reinschreiben, und auch mehrere, nicht nur, nicht nur eins, und zwar geht das mit, so jetzt muss man aufpassen, dass wir hier vor dieser geschweiften Klammer bleiben, ich, äh, versuche mal runterzuscrollen ein bisschen, sehr schön, so, auch wieder mit Home, weil das passiert hier alles in meinem eigenen Home-Verzeichnis, und, äh, ich möchte eine Datei erstellen, die nennt sich, äh, File, auf Englisch, und dann einmal hier wieder das mit der geschweiften Klammer, einmal zack, zack, in dem Falle so, und dahinter ein Semikolon, nicht vergessen, so, jetzt haben wir, äh, das Ganze hier, gehe ich jetzt hier mal eins, zwei, äh, Schrittchen rein, und sage, ich möchte erstellen, die Datei, aus meinem Home-Verzeichnis her, .config, slash, äh, Lackrity, da soll der Ordner erstellt werden, und in diesem Ordner die Datei, äh, Lackrity, Punkt, YAML, und, äh, diese Datei soll einen Text enthalten, und dieser Text sieht wie folgt aus, ich werde das jetzt hier mal mit zwei so einfachen Anführungsstrichen machen, dann, damit kann ich jetzt quasi einen Zeilenumbruch generieren, ja, indem ich jetzt hier einfach auch nochmal zwei solche einfachen Anführungszeichen hinmache, habe ich hier quasi ein, ja, einen Umbruch generiert, und kann jetzt hier drinnen quasi den Inhalt der Datei, Lackrity.yaml schreiben, zum Beispiel rücke ich das jetzt hier nochmal ein, und sage, da soll drinnen stehen, ENV, Doppelpunkt, und dann hier drinnen, zum Beispiel, wir nehmen jetzt eine ganz einfache Konfiguration, die jetzt gar nicht so viel anrichtet, X-Term zum Beispiel, zum Beispiel minus 256, ups, NumPit aktivieren, 256, Color, ja, das ist jetzt wirklich eine super einfache Konfiguration, die ist jetzt gar nicht so üppig, die wird jetzt nicht allzu viel machen, und, ja, dann haben wir das soweit durch, dann kann ich jetzt hier wieder raus, abspeichern raus, und sage wieder Home Manager Switch. So, also hinter diesen Anführungszeichen muss ein Semikolon auch hin, also es muss nach jedem aktiven Befehl, muss ein Semikolon hin, und hinter Text muss auf jeden Fall noch ein Ist-Gleichzeichen, ja, also hier wird die Datei erstellt, diese Datei enthält ein Text, und dieser Text ist gleich, dann leite ich hier quasi die Zahlenumbrüche ein, das ist dann jetzt der Text innerhalb dieser aliquity.yaml-Datei, das Ganze wird abgeschlossen mit einem Semikolon, und dann abgeschlossen auch wieder mit geschweifter Klammer zu, Semikolon. So, das Ganze dann speichern, schließen, switch, dann wird das Ganze eingestellt, oder erstellt, und wenn ich jetzt schaue, unter cd.config, dann habe ich jetzt hier einen Ordner aliquity, hier befindet sich die aliquity.yaml-Datei drinnen, die ist aber so ein bisschen dunkelgrün, gucken wir mal, ls-la, ja, und das bedeutet, diese Datei ist nur eine Verlinkung, die ist gar nicht direkt in mein Heimverzeichnis geschrieben, sondern es ist eine Verlinkung in den Home, in die Home-Manager-Konfigurationsvariablen, und das ist dieser ausschlaggebende Punkt, das ist das, was das Ganze so besonders macht. Deswegen kann ich im Prinzip die komplette Nix-OS-Konfiguration oder die Nix-Konfiguration direkt auf einen anderen Rechner mitnehmen, weil es spielt dann keine Rolle, was in meinem Home-Verzeichnet sich befindet, weil es wird einfach nur eine Verlinkung erzeugt auf die Original-Datei, und sollte ich die Datei mal ändern oder eine neue einfach hinzufügen, dann kann ich auch zwischen diesen neuen Versionen, sage ich mal, einfach hin und her switchen. So, das ist im Prinzip die YAML-Datei. Ansonsten aber bearbeiten kann ich sie trotzdem ganz normal, indem ich auf vim-aliquity.yaml gehe und dann, wie wir sehen, haben wir hier jetzt meine Konfiguration, meine X-Term-Konfiguration einfach drin und kann jetzt hier drin walten und gestalten, wie ich das möchte und wenn ich die Änderung durchgeführt habe, dann immer wieder dann Home-Manager-Switch ausführen, damit die immer wieder neu geladen wird. So, jetzt kann es aber passieren, dass mir während der Nutzung meines Rechners einfällt, Mensch, ich möchte ja die globale Konfiguration ändern, ich möchte, dass Software eben global hinzugefügt wird und das kann ich natürlich weiterhin machen. Es gibt ja immer noch diese konfiguration.nix-Datei und die befindet sich, wie schon erwartet, in etc.nix.os. Ja, hier befinden sich die beiden Konfigurationsdateien, da, wo sie auch vorher schon waren und jetzt muss ich allerdings mit sudo, ganz klar, weil ich ja jetzt einfacher Nutzer bin, kann ich das Ganze jetzt nur noch mit sudo-Rechten bearbeiten und da kann ich zum Beispiel die Konfigurationsdatei ändern. So, hier haben wir dann alles, da kann ich zum Beispiel auch den Host-Namen nochmal ändern, wenn ich das möchte oder die Zeitzone oder eben auch, wenn ich jetzt noch weiter runtergehe, dann hier unten die Software zum Beispiel anpassen, wenn ich jetzt sage, okay, Wim, V-Get und Firefox, das reicht mir für eine Standardinstallation gar nicht aus. Also, ich möchte hier, dass hier zum Beispiel als Terminal noch ZSH noch zusätzlich installiert wird. Ja, also Bash ist ja die normale oder die Standardkonsole und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte ZSH stattdessen auch gleich vorinstalliert habe, wenn ich aber halt möchte, dass halt ZSH standardgemäß mit vorinstalliert ist, dann kann ich das direkt in die Systemumgebung mit rein installieren. Und das betrifft dann immer alle Nutzer, die auf dem System drauf sind, die haben dann ebenfalls Zugriff auf ZSH. So, das speichere ich jetzt hier einfach ab. Ja, wir machen das jetzt mal. STRG X. ZSH ist natürlich jetzt nicht drauf. ZSH, ja, das funktioniert hier natürlich so jetzt nicht. Das heißt, ich muss hier irgendwie dem System jetzt sagen, hey, zieh dir die Konfigurationsdatei nochmal und wechsle auf die neue Konfiguration. und das mache ich mit sudo, wie gesagt, das ist ja eine Systemweiteränderung, dann nixos-rebuild und switch. So, dann wird alles neu gebaut. Fertig und jetzt sollte ZSH installiert sein. Jawohl, ich erstelle jetzt meine neue, einfach den 0. So, fertig. Nixbox, jetzt bin ich in der ZSH drin und kann jetzt hier walten und gestalten und mir auch ZSH als Standard-Shell im Prinzip einstellen, wie ich das möchte. Das ist jetzt aber, wie gesagt, nur ein Beispiel. Es soll jetzt hier gar nicht um die Shells gehen. Wenn ich jetzt aber sage, hey, irgendwas hat mit der Installation nicht hingehauen, es gab einen Konflikt, ich möchte es wieder rückgängig machen, brauche ich jetzt nicht zwangsläufig die Konfigurationsdatei ändern, sondern ich kann jetzt erst mal mit einem Befehl wieder zurücksetzen auf die vorherige Einstellung. Und das mache ich, indem ich den Befehl switch noch mal ausführe mit dem Befehl rollback. Dann bleibt die Konfigurationsdatei erst mal noch unangetastet und wie du siehst, ist ZSH jetzt weg. Also ZSH ist jetzt nicht mehr aktiv, aber es befindet sich immer noch in der Konfiguration hier drin. Das heißt, ich kann jetzt hier noch mal Kommando bearbeiten, weil ich vielleicht hier irgendeinen Fehler gemacht habe oder noch irgendeine Abhängigkeit vergessen habe oder, oder, oder. Also es ist wirklich sehr, sehr intuitiv. So, und wenn man halt installieren und deinstallieren kann, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu updaten. Ich will jetzt erst mal schnell den Switch noch mal durchführen. und das ZSH jetzt einfach installiert ist. Das geht jetzt rucki zucki, weil er braucht es nicht mehr runterladen. Er hat das ja schon runtergeladen. Er braucht es jetzt nur noch aktivieren. So, und damit ist es aktiviert. Und wenn ich also ein Systemupdate durchführen möchte, dann gehe ich also auf nix-channel wieder ohne sudo bindestrich, bindestrich, bindestrich und dann update. So, jetzt werden die Channels geprüft und geupdatet. Und jetzt führe ich noch mal sudo nexus rebuild switch aus. Damit werden jetzt diese Channels eingelesen und mit der neuen, mit der Systemkonfiguration geladen. Das heißt, die Programme, die in der Systemkonfiguration drinnen sind, werden jetzt quasi alle geupdatet. Und das ist auch das, was ich vorhin dann meinte, dass es keinen Sinn macht, mit nix-env und so weiter, die Programme zu installieren, weil die würden jetzt bei diesem Systemupdate ignoriert werden. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen macht das hier sehr viel mehr Sinn. Und damit mein Homemanager ebenfalls meine Programme updatet, die ich quasi über meine Home-Konfiguration installiert habe, gebe ich jetzt auch noch mal ein. Homemanager und ebenfalls switch. Dann liest der Homemanager ebenfalls meine, die Channels, die Update-Channels ein und aktiviert dann die Updates. auch für die Programme, die ich über den Home-Channel eingerichtet habe. Und so hat man ein wirklich schönes, sauberes, getrenntes System. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Nix OS hat mich extrem überrascht. Ich bin quasi nahezu kurz davor, mir Nix OS auf, zumindest auf einen meiner Notebooks als, ja, Daily Driver, als Hauptbetriebssystem zu installieren, weil ich bin durch meine Tests und durch das Ausprobieren, was ich hier so erlebt habe, wirklich extrem begeistert. Es ist so dermaßen intuitiv und auch so logisch, meines Erachtens nach. Allerdings sei hier gesagt, Nix OS und auch der Nix Paketmanager ist nicht für Anfänger geeignet. Wer also jetzt ganz frisch von Windows oder Mac auf Linux umsteigen möchte, dem empfehle ich einen der anderen Betriebssysteme, die ich hier auf diesem Kanal schon vorgestellt habe, gerade Linux Mint, Elementary OS, sodass man erstmal klein anfängt. Nix OS ist für die professionellen Nutzer sehr, sehr gut geeignet, die genau wissen, wie ein Linux-Betriebssystem funktioniert, worauf es ankommt und die auch mal ganz schnell ihre gesamte Systemkonfiguration auch mal auf ein anderes System setzen möchten. Und dann kann man im Prinzip mit einem einzigen Klick, könnte man sagen, oder mit einem einzigen Befehl, das System komplett aufsetzen, mit all seinen Konfigurationen. Und da bin ich mittlerweile völlig überzeugt. Also Nix OS hat mich wirklich überrascht und überzeugt. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.